Herzlich Willkommen Einen Freunde! Wir sind heute zu 8 zusammen mit den ganzen Leuten hier äh Lexi, der Tanker, Conny, Putin Noah, Simon Tobi Ich hoffe, heute lag diese Map hier nicht weil die hat letztes Mal gelaggt ich weiß nicht warum aber das war einfach so letztes Mal ja, ich hoffe, ich hoffe damit ich mal wieder hier andere Maps sehe außer deren Lieblings-Maps, ey sind so nervig sind so, sie sind einfach nervig, Leute so können wir da hinzu ne, hier, komm her bitte, Noah, bitte Noah ach, da, Noah Noah guckt, hat kurz geguckt er geht da runter, ok muss ich auch da runter? ne, ne, ich glaub nicht so, da muss ich später so, da muss ich später oh, hier ist ein äh, von links nach rechts gelaufen in diese Schleuse da und ist dann da runter gelaufen und da war die Leiche ja, hier, direkt in dem Raum welcher, Leon oder Dings? ähm ich hab die Farbe, ich glaub Simon, aber ich bin mir nicht sicher wo war Noah? direkt daneben also der ist dann da von weggelaufen ich hab was ab, aber was du was du gesehen hast mhm ja ja wer waren da noch? muss da zwei gewesen sein ja Tobi ist auch da dann abgehauen also der war schon längst weg ne der hat uns gesehen, wie wir da reingegangen sind ey, ich hab's doch bei sechs Voten, oder? ja, ist irgendwann ne, für wen Voten ja, Noah Noah ist es und du, Conny? weiß nicht ja, ich weiß nicht, entweder ist es Noah oder Moritz ich glaub es ist ja glaub ich werde er hm ach, gut ich wollt schon sagen ok Legs wie soll ich dir mal erzählen, was das ganze gemacht hab? ich war die ganze Zeit links und Aileen hat mich auch gesehen, aber ist ok ja, das stimmt was heißt Ejected? äh, wir sehens noch nicht äh, Ejected heißt und wirklich rausgebrochen, oder? so ohne eine Bärung zu haben auch derjenige jetzt Simon, ey boah Simon ey, du rauscht heute wieder so, noch jemanden gemutet Oha Noah ha no ne ha so so leude ne wir wollen natürlich die Aufnahme auch so schön haben wie es geht, ne und das kann ja dann natürlich nicht sein wieso werde ich hier eingesperrt? ich weiß es nicht ich glaub mal davon weg äh das kann es ja einfach nicht sein dass die alle rauschen hä, haben wir verloren? Alle gerostet, alle gerostet. Hey Tim, was? Noah warst gar nicht? Was? Ich war mir so sicher, dass Noah das war. Der ist direkt hinter Noah gestorben. Ich brauch mein dunkelgrün. Danke. Leon, easy hab ich dich gerostet. Ja, hast du gut gemacht. Sorry, Noah. Diese Mode ist wieder lost. Hallo, ich war mir so sicher. Irgendwie, guck mal. Er geht da zwei Sekunden bevor ich den Mord da aufgedeckt habe, ne? Geht er davon einfach weg. Wir hatten den gekillt. Ja, ich. Ich hab's immer getötet. Ich hab's immer getötet. Ja, aber... Ich bin danach einfach in Wend geschwommen. Ah, Wend. Ja, sag doch, dass der Wend ist. Simon. Simon. Ja, siehst du besser. Aber bei Noah hören wir uns dafür besser. Ach. Ach, ich hab beide gemutet. Leon ist es. Ach, Gott, nee. So, Lexi hat die Aufgabe hier und Noah hat die Aufgabe auch nicht. Okay. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. So, wir gehen jetzt natürlich wieder da hinten hin. Die können nicht mal da das Licht das marinieren. War hier überhaupt was? Hier war was. Ah, die beste Aufgabe, wo man einfach nur runterdrücken muss. Das ist eine coole Aufgabe, Leute. Muss ich... Oh, da unten muss ich was machen. Oh Gott, schnell dahin. Schnell dahin, bevor hier noch welche kommt. Könnt ihr bitte aufhören, das alle zu machen, Digga? Das ist einfach ein geistiges Buch oder mal. Aber das ist doch lustig. So. Kristall, Blatt, Kristall und Totenkopf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wo ist mein Gummi geblieben? Ich hoffe in der Mülltonne, Leute. Ich hoffe dort. Damit es niemand sieht, was mit dem Gummi passiert ist. Uh, true story. True story. Wow. So, jetzt hier ein Prank, oder? Mann. Ey, ich sag's sogar noch. Mann, ich war fast fertig mit allen Aufgaben. Das war insane. Boah, das war insane. Ich dachte mir so, da stehen alle rum, ich mach's Licht aus, wir killen da jetzt hin. Und dann rett nur uns rück und dann aufgehen. Als ob das niemand von den anderen gemerkt hat. Das war einfach insane gespielt. Ne, ich sag einfach nur Trash-Mitspieler. Du hast nicht gedubble-backed. Ne. Ist ja auch am Arsch der Welt die ganze Zeit. Es ist wieder leer und neu. Scheiße, ich bin's nochmal. Uuuuh. So, Leute. Diesmal sind wir ein bisschen besser. Ach man, jetzt muss ich schon wieder da rechts. Wie habt ihr eigentlich so schnell gewonnen? In dem wir alle gekillt haben. Oder alle bis auf zwei und die hätten keine Chance mehr gegen uns gehabt. Oh Gott, wir müssen hier ein Flugzeug finden. Nein. Da ist Firefox. Ach wo ist... Hä? Da. Da ist es, Leute. Oh Gott, wir haben's gefunden. Haben's gefunden. So. Sehen wir hier schon irgendwo ne Leiche? Eigentlich ganz gut. Ja, ich hab eine. Ey, da... Äh, ich hab Conny gefunden rechts. Neben dem Raum, wo wir jetzt sind. Wo ist der? Wir sind jetzt in diesem Versammlungsraum da. Und da rechts der Raum. Da liegt Conny. Ähm. Wo jetzt genau? Junge. Ja. Rechts von diesem Konferenztisch hier. Ah, da, da wo man sehen kann. Da wo so ganz viele Bildschirme sind. Wo auch jemand tot ist. Also wo du sehen kannst an dem Computer, ne? Ja, glaub ich. Okay. Ja. Ja. Wo wart ihr? Ja, ich war mit Lexney und irgendjemand noch. Ich weiß gar nicht mehr weh. Habe ich erstmal die Reaktor da oben repariert und... Ja. Ja. Und dann habe ich meine Aufgabe gemacht. Wir müssen auch noch festhalten, Conny hat gesagt, der Tanker ist es. Diesmal wieder. Conny hat jeder runter. Biss er gesagt. Ich auch für den Tanker. Keine Ahnung. Der ist wirklich Respekt. Der ist schon ganz schön. Sorry. Und Lexi, wo warst du? Du hörst dich nämlich schon wieder sehr, sehr sarkastisch an. Ich? Ich war ganz... Ich bin... Also ich hab meinen Schlüssel da oben gemacht. Dann bin ich nach Gartens unten. Welcher Schlüssel war's denn? Wie? Es ist immer der gleiche Schlüssel. Nein, es ist nicht immer der gleiche, Lexi. Nein, okay. Dann ist es der, der so... Nee, nee. Also nicht der Schlüssel, das Schlüsselloch. Auf jeden Fall in der rechten Spalte von den beiden. Weiter oben. Ich... Also Lexi redet von mir so, als ob sie die Ernst zeigt so ein Grinsen. Auf jeden Fall. Wenn sie spricht, ob man da auch grinsen muss. Das ist für Lexi. Die grinsen nicht zu viel. Eileen ist mir sehr suspekt. Eileen? Warum denn? Ich hab ein Alibi. Ich hab ein Alibi. Ich hab ein Alibi. Ich hab ein Alibi. Ah ja, von wem denn? Ja, von Dings. Äh, von Tobi und Lexi. Ah ja. Da war ich dann im Reaktor. Vielleicht... Ja mein Gott, auch ein Imposter kann Reaktor machen. Ja, ist das wirklich so. Ich mach da auch immer. Ich hätt ihn ja nicht killen können. Ich hätt ihn killen können. Ich hätt ihn killen können. Hä? Ich hab ganz wild geskrippt. Ne, ich bin verlieren. Ja, und du musst ihn ja nicht geben. Ich hab Libia einfach Lexi genommen. Conny hoff mich drauf. Ah, weil Lexi während die gesprochen hat, hat die so ein Grinsen. So, das. So, das. Ich hab dieses Grinsen rausgelesen. Rausgehört. Ey, was ist? Wollte grad zeigen, dass ich bin. Ja. Okay. Ja, okay. Da haben wir schon mal eine Leiche gefunden. Ja, okay. Lass mich jetzt die Karte durch den Oberflashen. Ich glaub euch nicht, dass alle hier da dran müssen. Alter, ich krieg die Scheißkarte hier nicht durch. Ich bin so trash wieder. Oh Gott, endlich. Endlich hab ich's geschafft. Phoebe, du bist mir auch da richtig suspekt. Weißt du das eigentlich? So, ich entkomm jetzt hier schnell. Ich hoffe. Oh Gott, ich muss hier gar nicht hin. Ich muss eins weiter. Ich muss nämlich hier hin. Wie ist das eigentlich bei den Kameras? Wenn das Licht aus ist. Funktionieren die dann? Testen wir das? Ach ne, ich kann mich gar nicht mehr testen. Haben sie schon alles gemacht? Dude. Oh, ich will auch mal wieder tauchen gehen. Irgendwann, Leute. Irgendwann werde ich auch mal wieder tauchen. Und ich will meinen Tauschschein endlich machen. Mein Gott. Ich hätte ihn fast. Fast. Dann kam Corona. Und das Schwimmbad hat geschlossen. Ähm. Simon? Hast du was zu sagen? Also ich kam, ich bin durch die Schleuse unten in der Mitte hingegangen, nach rechts. Weil ich hab da meine zwei Tasks gemacht. Bin rausgekommen. Und dann, als meine Tür aufging, stand sie immer vor mir. Und dann gehe ich halt weiter. Und dann liegt ein Raum weiter halt die Leiche am Boden. Ja. Simon, was hast du denn dazu zu sagen? Nix. Okay. Ich tendiere ja zwischen Leon und Lexi. Ja. Würde ich auch. Okay. Tobi, lachst du? Der hat Lexi gewählt. Dann will ich auch Lexi. Was? Lex, bist du weh? Jetzt hat Simon mich auch gewählt. Ich seh's schon. Ach komm. GG. Leon, was bist du denn so für ein Trasher? Ja, ich weiß nicht. Leon? Oh, ich glaub Leon ist wirklich Imposter. Okay. Weil jetzt muss er nur noch einen töten, dann hat er gewonnen. Wow. Toll gemacht Leon. Ja, ist halt echt so. I'm sorry. Gut, da brauch ich aber nichts mehr zu machen. Sonst sterben wir alle. Schade. Der hat jetzt die Märzen, dass die Call machen können. Ach, stimmt. Kacke, ich hab's fast geschafft. Hat sie geladen? 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 Du hast es am Anfang gekoilt? Ich hab's am Anfang gekoilt. Ich hab's am Anfang gekoilt. Ich hab's am Anfang gekoilt. Ich dachte Leon und Lexi. Keiner hat mir geglaubt. Ich hab gekoilt Leon, das ist... Ja. Ja, ich wusste es. Ja, ich wusste es. Absolut. Aber zum Glück glaubt niemand Lexi. Ja, weil Lexi am Anfang so geredet hat, als ob sie die ganze Zeit nur lachen würde. Ja, ich wusste es. Und man muss jetzt auch die ganze Zeit ner lau – ich weiß, ich weiß. will es nicht machen. Der Klang ist mit Köln. Das war die Tatsache. Das ist wirklich gut. Aber das war die Tatsache.